2000 Euro für zwei Fußbälle? Das wünscht sich ein Verkäufer bei Bares für Rares. Doch was hat es mit den beiden Sportgeräten auf sich? Oh, das ist ja mein Spezialgebiet, Fußball, sagte Bares für Rares Moderator Horst Lichter, 62, und ließ offen, ob das ironisch gemeint war. Er beäugte dabei das Sportkonglomerat von Lothar aus Bad Sudden-Allendorf. Du bist auf jeden Fall Fußball-Fanatiker oder Kenner, mutmaßte Lichter. Irgendwo zwischendrin, erwiderte der 72-Jährige. Zu den Bällen kam er in seiner damaligen Funktion als Sicherheitsmann? Ach, wurde der Moderator neugierig. Waren das große Spiele? Fragte er. Aber hallo. Die Weltmeisterschaft 1974, berichtete Lothar. Damals wurde er als junger Kriminalbeamter eingesetzt in den Quartieren der brasilianischen Mannschaft und dann später bei der deutschen Mannschaft. Er nutzte die Gelegenheit für die Autogrammjagd. So ergatterte Lothar zwei Bälle mit Unterschriften aller Mitglieder beider Mannschaften. Horst Lichter war beeindruckt, das ist gar nicht so doof gewesen. Lothar lachte konspirativ und stimmte zu, er habe die Zeit damals gut genutzt. Bares für rares, 35 Fußball-Unterschriften. Nicht nur die Mannschaften hätten unterschrieben, so Detlef Kümmel, denn das sind ca. 35 Unterschriften pro Ball. Lichter stimmte, Fußball-Experte, durch und durch, fachmännisch zu, ne, so viele spielen nicht in einer Mannschaft. Ersatzmannschaft, Funktionäre und Mitbetreuer hatten ebenfalls für Lothar unterschrieben. Wir haben hier wirklich ein Stück Zeitgeschichte, sagte Detlef Kümmel feierlich. Auch ein Wimpel und ein Blatt Papier mit Autogrammen zählten zu dieser Sammlung. Horst Lichter, du bist eine hochinteressante Persönlichkeit. Auch der Ausweis, der Lothar damals Zugang zu den heiligen Hallen verschafft hatte, stand zum Verkauf. Das Foto des jungen Lothar kommentiere Lichter anerkennend, geile Friese hattest du. Lothar lachte. Detlef Kümmel lobte den perfekten Zustand der Bälle. Ich habe auch schon vor Ehrfurcht Handschuhe angezogen, scherzte der Experte. Beckenbauers Unterschrift erkannte er, doch um alle Unterschriften zu identifizieren, lag ein Heft des DFBs bei, mit Spielernamen, Fotos, Infos und Unterschriften. Optimistisch wäre 3000, beantwortete Lothar die obligatorische Frage nach dem Preiswunsch. Detlef Kümmel empfahl für die Sammlung 2000 Euro. Du bist eine hochinteressante Persönlichkeit, verabschiedete der Moderator den potenziellen Verkäufer. Es tut auf der einen Seite weh, es abzugeben, verriet Lothar, bevor er den Händlerraum betrat. Auf der anderen Seite freue ich mich, wenn es in gute Hände kommt, die es so zu schätzen wissen, wie ich es geschätzt habe. Julian Schmitz-Avila und Anaisio Gagis spielten sich die Bälle zu, ihr habt da um Platz 3 gespielt, glaube ich, meinte Schmitz-Avila. Gegen Polen, negte der gebürtige Brasilianer. Und ihr? Wollte Gagis wissen. Die Frage gefiel Schmitz-Avila. Wir sind Weltmeister geworden gegen. Julian Schmitz-Avila schaute in Richtung von Josef van Katwijk, hey, schön, dass du heute hier bist. Der Niederländer musste sich die Anspielung auf die historischen Niederlage der Niederländer anhören. Der Niederländer musste sich die Anspielung auf die historische Niederländer machen.